oh nee mein lieblingsvogel richtig stehen warten bis er kommt ich kann mich auch ins höher stellen dass er auf mich fixiert ist ja ist schon passt schon dass auch nicht fixiert ist wenn ich halt treffen würde kommt zu mir ach scheiß drauf komm rüber jetzt hier da kommt er kommt zu mir das sagt nichts er trifft sich trotzdem ich weiß ja ja auch wenn ich zur seite gehe ich bin hier sogar ins wasser gesprungen ich weiß aber nicht wo der gerade ist ich sehe auch nicht ist er schon tot er braucht ja auch sieben schüsse ich fühle ihn hier ist was hinweis neue notizen zugefügt achten du kriegst besuch ah das ist mal interessant ist hier Metallschrott der fliegt die halt wirklich hinterher noch ich hab den gerade beobachtet der ist dir richtig hinterher geflogen in der kurve ich treffe den nicht kacke mit den ganzen hohen bauten hier ja dann lass es doch jetzt erst mal sein weil ich will jetzt die folge hier nie rumstehen und ja der schießt unter 24 7 nur ab mann arschgeil warum hast du eigentlich keinen bogen weil ich ohne bogen unterwegs bin ich mach das sogar mit machete sperren und so okay so mal so ein viech ach die vier sind mir egal die vier sind mir eigentlich scheißegal du bist deswegen auch schon kapiert einmal ich habe einen großen baum gerade geerntet der hier stand ach ne ey ich muss auf dem boden bleiben warum ich höre schon wieder Müll ich habe hier auf der insel gerade zwei bäume abgeholzt ich muss das einfach so machen ich habe jetzt einfach das Feld abgeerntet so das dahin das dahin ja gut was hast du denn warte mal was hast du überhaupt für eine notiz keine ahnung wie öff... au warte ich muss mich kurz unterstellen wie öffne ich nochmal das buch T 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 Ich dachte gerade irgendwas ist mit meinem Monitor, weil es zu dunkel wurde. Was ist das denn? Was hast du denn gefunden? Eine Karotte. Darco, auch in die Schränke gucken. Hab ich. Ne, hier war noch was umgelootet. In dem war ich aber auch nicht drin. Und nicht sprinten. Verbrauchst du zu viel Essen? Das sagt der, der gesagt hat, wir haben für 20 Millionen Jahre genug. Ne, dein Essen hier, deine Anzeige wird dadurch leerer. Ja, aber wir kriegen aus diesen ganzen Wohnwarenkästen mehr als genug Essen. Bis jetzt du, weil ich immer noch weit unter dir bin. Ich suche einen Unterschlupf von Dings zu Dings. Ja, da kommt der Arsch schon wieder. So, jetzt hab ich wieder 15 Sekunden Zeit. Boah ernsthaft, warst du hier schon überall? Nur die Schränke? Überall, ich bin in das eine da hoch. Das war knapp. Ich bin in das eine reingegangen. Mitgekriegt. Ja, weil hier irgendwie schon nichts mehr ist. Alles gelootet. Da war da nie was. Na, ouch. Boah, ich will diesen Vogel jetzt kriegen. Komm her. Oh, da sind Bienen. Oh, oh, da ist ne Kiste offen in nem Haus. Ouch. Oh man, Arschgeier. Äh, wie komm ich jetzt da rüber am besten? Ja, nicht so. Oh, ich hab ihn. Werkzeug erfordere ich. Läuft. Wir können die Seilrutsche nicht benutzen. Dreh West. Da fehlt uns noch was dazu. Okay, wie kommen wir da sonst rüber? Gar nicht. Wir müssen dort erst was finden und das bauen, damit wir die benutzen können. Ich nehme auf jeden Fall den Honig mit. Oh. Ladekabel. Ne, Teil eines Ladekabels leider nur. Naja, der andere Teil wird hier noch sein. Du benötigst explosives Pulver. Haben wir sowas? Ich glaube, wir hatten sowas. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Schade. Der braucht ein explosives Pulver. Wir brauchen eins. Ich dachte, ich könnte die Kakteen abernten. nicht mehr. Aber dafür kannst du die Bäume hier abwerten. Äh, ja. Ne, gut. Auch nicht alle. Wenn ich mal so weit kommen würde. Wenn ich mal so weit kommen würde. Wo bist du? Ich war bei den Stegen. Kann ich das? Ne, schade. Das Rohr kann ich nicht benutzen. Überreste. Ich habe einmal Überreste bekommen. Diese Mahlzeit ist nicht so ganz gelungen. Okay. Hier ist ein Brunnen. Da ist irgendwas drinnen. Ein Schwimmreif. Da ist Essen drauf. Wow. Jo. Jo. Äh. Äh. Biokraftstoff einmal bekommen. Hinweis. Neue Notizen zugefügt. ich habe eine werkbank benötigt drei teile einer seilrutsche ich habe gerade immer kraftstoff bekommen und ein kupfererz und ein aus dem schrank der eikulten ei aus dem schrank ich habe auch einmal bio kraftstoff wieder eine gebackene kartoffel eine notiz habe ich gerade bekommen ja gut gemacht ist es auf jeden fall muss aber teilweise halt auch unübersichtlich gegenstand ich habe ein stein pfeil bekommen für deinen bogen hier komme ich nicht hoch ich habe hier glaubt noch ein bauteil für irgendwas oder doch halte für sanftes drehen und jetzt ich habe hier so ein komisches rohr ach die kann man verbinden bei mir sind hier so wasserrohre die kann man miteinander verbinden ich guck grad hier oben ist eine wasserpumpe ich versuche das mal zu machen weil da muss ja irgendwas passieren und ich glaube ich weiß auch was passiert der brunnen wird voll wasser und was da drin ist kommt hoch wenn da was drin ist da ist was drin das habe ich ja schon vorhin gesagt dass da was drin schwimmt das ist auch eine geile idee so richtig schön mit rätsel gemacht jetzt drehst du dich mal bitte und hier ist noch mal eine notiz das habe ich nicht spaß ach so das hat sich wieder umgedreht hier ach scheiße das ist mir zu blöde das ist mir grad ein bisschen zu blöde das rätsel zu machen wenn auch mal ich das im nachhinein ich möchte ja hier sind bienen bei mir hier war ich schon drin ich muss auch erstmal alles ausleeren wenn ich schon hier bin wo war denn der biokraftstoff hatten wir nicht schon so eine krimskrumpskiste ja aber noch kein biokraftstoff weil ich habe noch nie einen gesehen bei uns doch das war diese rosa da ist sie genau so eine rosa dose warte ich höre schon wieder eine scheiße Milbe so ein so ein so hey 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 da ist bestimmt irgendein bauteil drin in dem ding ich will das jetzt doch machen weil wir brauchen die bauteile dumm ist nur dass ich mich jetzt die ganze zeit damit beschäftige ich muss da ja noch mehr finden drei teile brauchen wenn ich so eins auch finden würde würde ich mich auch weiter mit beschäftigen ich hab so leute so wenn das jetzt nicht richtig ist ich drehe langsam durch ja jetzt muss es klappen und es kommt hoch und kann ich es aufheben nein noch nicht da muss ich noch zwei dreimal pumpen ich glaube die folge wird wieder extra lang eins zwei drei teil einer seilrutsche so dann einmal hier lang einmal hier lang hier waren wir schon ich habe ja auch noch was zeit eines ladegeräts au die bienen stechen mich und ne küste und neues rezept für juhu aber dann bitte noch nicht bei den dingern aufhängen weil obwohl doch kannst du hast gesagt die verhindern sich nicht ja ich hab da schon alles hingelegt nö 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 mach ruhig mach ruhig ähh das 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 hier oben noch was nein schade wird schon wieder dunkel ja und ich hab keine stirnlampe dabei ernsthaft sieben steine habe ich im gepäck die hau ich jetzt raus ich habe im übrigen zwei roheisen das kann hier runter das kann hier und das ist alles essen war da jetzt noch was doch da ist doch noch was drin kokosnusshähnchen habe ich gerade essen bekommen ist sogar trinken anstatt essen macht aber hunger voll hä muss man nicht verstehen das ist jetzt sehr dunkel hier ich habe schrotthaken bekommen und nochmal biokraftstoff was soll ich zwei so ne haken ne von da sind wir glaube gekommen und ich habe hier schon drin ja ich weiß auch nicht mehr wo ich war ich arbeite mich so ganz langsam schritt für schritt nach oben ich habe noch ein teil eines ladegeräts dann müssten wir doch jetzt eigentlich alles haben wenn wir es der metallspür dann müssten wir jetzt eigentlich alles soweit haben schon wieder kraftstoff und roheisen hier ist eine truhe da komme ich da irgendwie nach da komme ich hoch äh ja gut gepulsert hier schon wieder alles raus komm ich hier ja bin ich sehr schön da hinten sind schweine also keine wildschweine sondern schweine schweine die kommen aber erst mit der komischen rutsche mit ja und die kommen wir dann auch wieder einfangen ach eigentlich du bist nicht unter mir ja ich versuche hier gerade irgendwie das ist nicht der weg genau da lang ich stürze hier immer wieder runter das ist das problem und hier gibt es nicht mal eine tür dass ich irgendwie rauskomme dann bleibe ich hier mal schön am kaktus nicht mehr hängen jetzt ist der dort hoch lassen wir auch was ja ich will dir ja nur den weg suchen hier ist eine leiter und dann kann man hier drüber speichern wow hier kommt man aber nicht hoch da go du bist ja von dort oben hier runter nein nein ja hier runter und dann bin ich da durch durch es ist und ich das ist auch nicht mehr Hier. Warum hänge ich jetzt an diesem beschissenen Stuhl fest? Ach, leg mich gehen an den Weg, ey. Das ist mir gerade zu blöde. Hier gibt es glaube ich keine andere. Wow, jetzt bin ich wieder ganz unten. Fick doch dieses Dreckspiel, ey. Jumperman ist nichts für dich, oder? In egal welchem Spiel. Ey, gemein, auch dieses scheiß Rätsel hat mich jetzt die ganze Zeit aufgehalten. Ich habe jetzt in den 22 Minuten, wie das hier läuft, gerade mal ein Viertel von der Insel gesehen. Ja und? Hast du ja noch 500 Folgen mehr, um dir die Hintern zu schauen. Außerdem so ein Rätsel macht doch Spaß. Nö. Nicht, wenn du jedes Mal irgendwo runter gehen musst, um dort irgendeine Leitung ordentlich zu drehen, damit überhaupt irgendein Wasser da reinkommt. Solltest du nicht mit mir mal solche Secrets room machen? Ja, es ist wieder was anderes. Da hast du keinen Kack Jump and Run und dort suchst du es ja nur. Da musst du keine Rätsel lösen. Ja. So. Ja. Für mich ist Secrets room wirklich auch nicht nur suchen, sondern auch kleine Rätsel lösen. Ne, das ist einfach nur, das heißt, er findet die Button, also finde den Knopf. Da ist nichts mit Rätsel. Ey. Ich habe dir das da oben alles gelassen, so wie es war. Also, falls du da hoch willst. Na ja, ich muss erst einmal einen anderen Weg hier irgendwie hinbekommen. Oh, da kommt man nur mit einer Seilrutsche rüber. Ich habe sonst den Weg gerannt, ey. Das ist dieses Wasser-Rätsel. Ach so. Ey. Ey, diese Stühle. Ich habe so lange keine Lust mehr. Warum bist du heute so leicht gereizt eigentlich? Keine Ahnung. Autsch. Lass mich raten, alles andere hier oben hast du schon gelootet. Außer das. Ne, ich bin ja, ich bin einfach rum rüber gesprungen. Ne, ich rede jetzt von der anderen Seite. Äh, musst du eigentlich schauen. Ich habe vieles übrig. Wenn das hier schon offen ist, dann ist es schon gelootet. Ne, ich bin auch einfach nur reingegangen, heißt nicht, dass es gelootet ist. Die Schränke sind schon offen. Na gut, dann ist es gelootet. Bei Du Tegu Tegu. Ey, f*** dieses Scheißdreckspiel hier. Ich beende die Erfolge erst, wenn ich das geschafft habe. Jetzt bin ich wieder ganz un... Was? Immer noch der eine Sprung? Ja. Probier den mal weiter rechts zu nehmen. Weiter rechts? Ich habe mich einfach rechts und bin gesprungen. Mit oder ohne Anlauf? Ohne Anlaufer mit, springe ich immer umgegen. Und wieder unten. Ey, wenn die Folge eine Stunde wird, ist mir scheißegal. Ich will da verdammt nochmal hoch. Ach stimmt, das sollte ich ja nachschauen. In welcher Kiste haben wir wohl Explosive Pulver? Gar keiner. Sicher? Ja. Schon nachgeschaut, scheiße. Hast du jetzt nachgeschaut? Ich weiss es, weil wir in die Kiste irgendwie dauerhaft immer reingucken. Und wenn wir mal welches hatten, dann hat es nur eine gewisse Person im Inventar. Die immer dauerhaft alles gecraftet hat. Die leckt mich an, das ist nur scheißbeändertes Dreckspiel. Kann doch nicht wahr sein, ey. Ich versuche das jetzt schon seit zig Millionen Mal. Oh wow, jetzt, ey. Warum sind die Schränke hier offen? Ich dachte, du hast es so gelassen. Ich hab's nur gelassen. Dann werden die Schränke aber nicht so sperren und weit offen. Da auch. Da auch. Also da, go. Du hast hier überall schon reingeguckt. Reingucken und mitnehmen ist ein Unterschied. Da war nicht mal mehr was drinnen. Ich komm jetzt hoch, da ist noch was. Ja, ganz oben hier in den Zwittdingern oder dreien. Aber unten dort, in dem ganzen Ding, nix mehr. In welchem ganzen Ding? Da war nichts mehr. Wo bist du? Ich weiss es ehrlich gesagt nicht. Also nach diesem ekelhaft hässlichen Sprung, ja. Da war mich gelootet. Ja, war alles offen. Wenn du dann hoch gehst, ist so ein roter Container, der war komplett gelootet. Und du hast gesagt, du hast das alles so gelassen. War's gelogen. Ich hab nicht gesagt, was ich alles so gelassen habe. Aber ich war echt normal nur, dass das mehr ist. Ne. Das heißt, ich hätte mir das jetzt auch sparen können für die 2, 3 Hölz. Und den Rest der Insel hast du schon gelootet. Stimmt's? Welchen Rest? Den ganzen anderen Rest. Ach, der Insel. Ich hab's noch mal. Ich war ja nicht mehr überall. Ah, hier steht alles offen. Hä? Benötigt 3 Teile einer Seilerutsche. Wir haben nur 3 mal diese Steckerverbindung. Hm. Wenn du 3 Teile brauchst und wir 3 haben, dann sind das 3 Teile zum Bauen. Ja, aber wir haben 3 Teile eines Ladegerät. Ich brauch 3 Teile einer Seilerutsche. Wir haben bisher 1. So, da ist alles offen. Na, hier brauch ich auch nicht reingehen. Da auch nie. Hm. Kann doch nicht sein. Ich hör gleich auf hier in die Häuser zu gucken. Weil es lohnt sich eigentlich gar nicht mehr. Ja, von dort komme ich ja, Ike. Klar war ich da. Und hier auch schon alles gelootet. Hier ist nicht viel. Komm mal mit hier. Vielleicht kapierst du's. Na, warte mal. Warst du unten schon? Unten? Du warst hier unten. Ach, hm. Auf dem Boden meinst du? Da drüben war ich schon, ja. Aber die Sachen hier unter uns, da war ich nicht. Da unten ist auch irgendwas. Was schon wieder nach Rätsel aussieht. Also nicht. Autsch. Das tut weh. Ja, hier ist ein Kack. Wasserpumpen uns kannst du alleine machen. Das mach ich nicht. Hä? Wie, was denn? Da kann ich nicht mit interagieren. Dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Ja. Kein Rätsel. Vor allem, du rennst dann wieder einfach an den Sachen vorbei. Ich bin hier rumgelaufen um das Teil, das erste Mal. Dann nimmt man doch gleich den Container weg. Und dann kommt man doch weiter. Und dann nimmt man doch noch ein bisschen mehr in die Temperatur. Macht das so kurz nach. Dann schaubbe ich jetzt aus dem Glas und Schatz. Dann kommt so mit dem Glas und Schatz. Dann kommt ah! Spanns zum Glas und Schatz. So, ich habe den Graf gekauft. schon wieder ein kack ey hör auf damit die regt deinen kopf hast du verdient gehst du da nicht mehr her oder was? ist ne leiter und hier kann man dann halt hochlaufen ich bin schon ne leck mich am arsch sonst bist du doch der der pingelig wie sonst was alles anschaut ich komm halt hier auch nicht mal mehr hoch ich darf jetzt den ganzen kack außen rum schwimmen ne ja oder hier einfach hochlaufen wo ich hochlaufe was glaubst du warum ich hier hoch wollte dann gehts wieder zurück zum anderen ich hör auf jetzt bin ich jetzt bin ich runter höher indlk 4 k nach amed